In Berlin begrüße ich Kerstin André, vor ein paar Tagen Nicht-Fraktionsvorsitzende der Grünen geworden. Guten Morgen in die Hauptstadt. Guten Morgen, Herr Stelter. Sie können also das Ganze etwas entspannter sehen, denn Sie mussten nicht mitverhandeln. Wie haben Sie das emotional gesehen gestern? Nun, ich finde wichtig, dass die Gespräche sehr ernsthaft geführt wurden. Ich freue mich, dass die Atmosphäre gelobt wurde. Und ich bin auch froh, dass ein zweites Gespräch verabredet wurde. Scheinbar war ja nicht die Zeit dafür da, alle inhaltlichen Punkte zu besprechen. Aber die sind gut auseinandergegangen. Das freut mich erst mal. Weil Sie zum Realo-Flügel gehören und sich für die Zukunft Optionen erhoffen? Nein, in erster Linie, weil es darum geht, eine Regierung zu bilden. Und die Kanzlerin hat den Auftrag, ein Angebot zu machen an einen potenziellen Koalitionspartner für die Sondierungsgespräche. Und für Grüne ist das eine ernsthafte Aufgabe. Wir müssen natürlich auch schauen, dass eine stabile Regierung zustande kommt. Und deswegen ist es erst mal richtig, nach dem ersten Gespräch jetzt am Dienstag ein zweites Folgen zu lassen und zu schauen, was möglich ist. Sie stellen sich, Sie, die Grünen, im Moment personell neu auf. Aber Sie müssen sich auch inhaltlich neu aufstellen. Denn während des Wahlkampfes waren Sie reduziert auf Veggie-D- und Steuererhöhung. Das reicht nicht aus. Wie wollen Sie das Parteiprofil erneuern? Also das Ganze machen wir in Ruhe und mit Zeit. Wir müssen erst mal analysieren, warum wir ein schlechtes Wahlergebnis bekommen haben, was die Leute davon abgehalten hat, Grün zu wählen, wo sie hingegangen sind. Ein Teil zur CDU, ein Teil zur SPD. Das heißt auch, dass es die Analyse natürlich nicht einfach macht, weil sehr unterschiedliche Gründe zusammengekommen sind. Und das werden wir jetzt auf dem kommenden Parteitag über nächstes Wochenende und dann in den Gremien in aller Ruhe besprechen. Aber natürlich wird es auch um die Frage gehen, wie gehen wir mit dem Programm um? Gibt es Korrekturbedarfe? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht? Das müssen wir in Ruhe besprechen. Und diese Ruhe würde gestört, wenn Sie in eine Regierung eintreten müssten? Ach, da können wir vermutlich parallel arbeiten. Aber wissen Sie, es war jetzt das erste Sondierungsgespräch. Jetzt kommt am Dienstag das zweite Sondierungsgespräch. Und erst dann geht es ja um Koalitionsverhandlungen. Wenn denn dann die Kanzlerin sich dafür entscheidet und wir Grünen uns dafür entscheiden. Und das ist einfach der vermutlich dritte Schritt, jetzt vor dem ersten über diese Frage zu sprechen. Ich plädiere hier wirklich für Ruhe und Zeit. Ich freue mich, dass die Ergebnisse gestern konstruktiv und in einer freundschaftlichen oder freundlichen Atmosphäre verlaufen sind. Und wir werden auf dem Parteitag in anderthalb Wochen auch eine inhaltliche Diskussion führen. Das können wir Grünen immer ziemlich gut. Insofern bin ich da guten Mutes. Obwohl es keine politisch handfesten Ergebnisse gestern gegeben hat, war es doch ein bedeutsamer Tag. Denn es ist eine neue Situation. Union und Grüne reden auf Bundesebene über Regierungsbeteiligung. Das ist ein Markenstein in der Geschichte beider Parteien. Auf jeden Fall. Es gab 2005 die Situation ja schon einmal. Damals ist das Gespräch, ich meine nach anderthalb Stunden, beendet worden, weil klar war, es geht gar keinen Schritt weiter. Jetzt ist man einen Schritt weiter. Aber ich höre doch auch sehr aus den verschiedenen Beteiligten, aber vor allem auch aus der Basis, dass es durchaus eine Skepsis gibt, was eine schwarz-grüne Regierung auf Bundesebene bedeuten würde, was es für die Grünen bedeuten würde, was es für das Verhältnis Bundesrat-Bundestag bedeuten würde. Sie müssen sehen, dass da relativ wenig im Pendant im Bundesrat dann geben würde. Also schwierig wäre das allemal. Aber vor allem, und das ist wirklich das Zentrale, es geht um die inhaltlichen Themen, wäre denn eine Möglichkeit, inhaltlich zueinander zu kommen? Wie viele Kompromisse müssten eingegangen werden und wie viel von grünen Markenkernen, von den grünen Thematiken bliebe denn übrig? Und das ist das Zentrale bei der Frage von potenziellen Regierungen und Koalitionen. Was ist inhaltlich, jetzt aus grüner Sicht, an grünen Inhalten drin? Können wir das gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern vertreten? Und da überwiegt bei vielen doch, sage ich mal, Skepsis. Inhalt, das heißt also die neue inhaltliche politische Ausrichtung der Grünen. Wo sehen Sie am meisten Bedarf, dass Sie sich neu positionieren müssen? Also wir müssen vor allem im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende, wo wir sehr, sehr viele Vorschläge haben, wo wir sehr lange und sehr konstruktiv und versiert an diesem Thema gearbeitet haben, hier müssen wir es in den Vordergrund stellen, zentral für die Grünen und zentral auch für das Land, ist die Frage ökologische Modernisierung eingebettet in soziale Leitplanken. Soziale Leitplanken ist Mindestlohn, ist die Frage der Armutsbekämpfung und der Alterssicherung. Aber das Ganze steht und fällt natürlich mit der Frage, sind wir in der Lage, mit den Ressourcen dieses Landes umgehen zu können? Können wir hier wirtschaftliche Perspektiven auch aufbauen, die mit diesem gigantischen Energiehunger Schluss machen? Das sind grüne Themen, die wir sehr in den Vordergrund stellen wollen und sollten und hier auch mit Bündnispartnern, mit Verbündeten zusammenarbeiten. Das sind sowohl die Unternehmerinnen und Unternehmer als natürlich auch die Gewerkschaften. Die Jobperspektive der Zukunft liegt im Bereich der Umwelttechnologien, der erneuerbaren Energien. Und insofern hoffe ich, dass wir hier auch auf Bündnispartner setzen können. Könnte man über alles schreiben, zurück zu den Themen der Gründerjahre und weg von so Zeitgeistthemen wie Steuererhöhung? Steuererhöhung ist kein Zeitgeistthema, sondern Steuererhöhung ist die Frage, wie finanziere ich das, was ich erreichen und tun will? Und wenn Sie sehen, welche enormen Investitionsbedarfe im Bereich Infrastruktur, im Bereich Bildung, bei der Kinderbetreuung, bei den Verkehrsinfrastrukturen, aber natürlich auch bei der Energiewende notwendig sind. Und dann habe ich noch nicht über Alterssicherung, über Renten und Pensionen gesprochen. Wenn Sie sehen, welche Investitionen da notwendig sind und wir ganz klar sagen, dieses werden wir nicht über neue Schulden finanzieren, dann müssen wir auch über Finanzierung sprechen. Das ist zum einen der Subventionsabbau und die Ausgabenkürzung, aber es wird natürlich auch um die Frage der Einnahmenerhöhung gehen. Steuererhöhungen sind kein Selbstzweck, aber sie sind Mittel zur Finanzierung von den Dingen, die ich tun will. Ich habe es aufgezählt, Infrastruktur und Energiewende. Insofern ist das nicht ein Zeitgeistthema, sondern Notwendigkeit. Kerstin, André, herzlichen Dank nach Berlin.